Hallo und herzlich willkommen zu einem erneuten Video von mir. Na, bist du mal wieder auf der Suche nach dem Kick? Willst du dir mal wieder wunderschöne Gruselvideos mit Onkel Mochi anschauen? Ja, dann bist du hier genau richtig. Denn wir gehen mal wieder in eine Scary Compilation rein. Ich habe nicht wirklich Bock, Chat, aber manchmal muss man Dinge machen, die man einfach machen muss. Wir machen Codewort 666. Dann ist das Video noch gruseliger, weil dann sehen die ganzen Zuschauer beim YouTube-Video, sehen das Video und sehen dann, dass der Chat, Digger, C666, Digger, ist aber auch die Teufelszahl. Also dann müsst ihr wissen, ob ihr euch drauf einlasst oder nicht, Chat. Ja, wir sind mal wieder in einer Scary Compilation drin. Ich würde sagen, ich quatsche gar nicht mehr so viel. Wir durchstehen das ganze Abenteuer mal wieder zusammen durch. Habt keine Angst, ich bin für euch da. Und ja, wir starten rein in das Video. Was ist das aber auch... Chat, 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 Chat. Was ist das aber auch schon wieder für ein Psychopathenzimmer, Bro? Was ist das für eine Tür? Was sind das für Wände? Was ist das für ein Bettlaken, Bro? Was ist das für ein Riss in der Wand, Digger? Was ist das für ein Bild? Also das allein ist ja schon abgefuckt, was wir hier sehen. Digger, was? Was? Oh, nee, nee, Chat. Es gibt nur eine plausible Lösung für dieses Problem und das ist ganz viel Benzin und Feuerzeug. Punkt, aus, Ende. Und da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren. Also das ganze Haus gehört niedergebrannt. Wirklich. Verbrannt. Von oben bis unten. Locked up in a separate room away from him. But then one night, something happens that spooks Jacob out of his mind. It's close to midnight when a loud bang wakes him up. He hears a couple more noises before suddenly realizing that the sounds are coming from the room next to his where the clown doll was put. What happens next scares the living daylights out of him. Take a look. Nein, ich will nicht hinkucken. I just heard banging. Nicht mehr. Oh, Chat, das ist irgendwie zu abgefuckt mit dem 666. Können wir ein anderes Code-Wort machen? Das ist mir irgendwie zu abgefuckt, Chat. Wenn ich das Video gucke und dann auch den Chat sehe und da steht überall 666, lass uns ein anderes Code-Wort machen. Das ist irgendwie zu, das ist zu krank. Wir machen Code-Wort was anderes, ja? Wir machen Code-Wort, ähm, irgendwas Süßes. Ah. Sippel. Code-Wort Sippel. Sippel. Nee. Selber Schuld, wenn er da lebt. Wirklich. Selber Schuld. Oh, du. Let's come here. Mach auf! Ich geh rein. Mach auf! Mach auf! Mach auf! Hm! Hm! Ich hab keine Angst. Habt ihr Angst, Scheiße? Nö, oder? Ist nicht schlimm. Ich hab keine Angst bis jetzt. Ja, ein ruhiger Clip. Find ich nicht schlimm. Gar nicht. Find auch Puppen nicht schlimm. Gar kein Problem. Bro, was... Oh, du... Oh! Du Mistvieh! Du Mistvieh! Keine Angst. Ist nicht schlimm. Ist das abgefuckt. Fake or Nake. Das ist zu einem Million Prozent Fake. Es war trotzdem creepy as fuck. Eins für Fake, zwei für Nake. Stay Fake. Allein das Haus ist Fake. Das ist doch hier Hollywood irgendein Horrorfilm, der dann gedreht wurde. Der Praktikant ist nachts nochmal reingelaufen. Was ist das auch für eine Puppe, Bro? Was ist das auch für eine Puppe, Bro? Wieso schmeißt du das Viech nicht in Müll? Ähm... Another update. You know... I think I... I'm definitely gonna be moving Jeffrey. Like... With whatever happened last night... I don't want him near me. Jetzt mal ehrlich, Chut. Wer von euch hat Puppen zu Hause? Yo, hier sind wirklich Leute mit Puppen zu Hause. Hab doch einen an der Waffel. Nee. Nee, nee, nee. Puppen kommen bei mir nicht ins Haus. Um, I'm gonna be putting him in the basement. So, I'm gonna follow up. This is the result so far. I'm gonna leave him here. For now. But I think... I'm gonna put a camera here. Jeffrey's still here. So, we're gonna see if there's anything I miss. Now, unlike before, Jacob will keep an eye on Jeffrey by placing a security camera in front of him. If anything happens, he'll be notified immediately via a notification sent by the camera. Mein Papa hat so eine Latexpuppe. Hast du die gefunden bei ihm im Schlafzimmer oder was? Das ist süß, oder, Chat? Der Neu, der Neu hat eine Latexpuppe gefunden von seinem Papa. Süß. Einmal süß in den Chat. Das ist echt schön. Ja, es gibt auch schöne Puppen. Vor allem die mit Latex, finde ich schön, weil die sind schön glatt. Ist auch eine gewisse Art, also eine Kunstform von Puppen. Und, ja, leg die Puppe zurück, da wo du sie gefunden hast, neu. Und wasch dir die Hände danach. Fast forward to a few nights later, and he's notified of movement inside the basement. He checks the camera's live feed and sees that the camera is moving side to side. Now this didn't alarm him, as he forgot that the heater, on which the camera was placed on top, has a timer that turns it on and makes it oscillate. The heater had simply turned on during this time. But as he continues to watch, something happens that terrifies him to his core. Watch. Nee, ich will's nicht sehen. Boah, das ist auch noch ein schlechter Quali-Chat. Das macht's noch mal gruseliger, oder? So schlechte Quali-Videos, das ist immer schlimmer als 4K-Videos. Boah, ich hab Gänsehaut. Ich hab Gänsehaut gerade, Chad. Das fühlt sich nicht gut an. Ehrlich nicht. Fühlt sich nicht gut an. Fühlt sich gar nicht gut an. Fühlt sich gar nicht gut an. Was das Code-Wort Sippel? Oh, die Hand. Ich hab die Hand gesehen. Ich, Chad, ich kann nicht mehr. Ich krieg' einen Herzinfarkt. Nee, ehrlich. Ich will das nicht mehr angucken. Ich kann's nicht mehr. Was hör ich? Die Scheiße auch auf. Fühlt eine Lautstärke. Verdammt noch mal. Ich krieg' Chaosfall wieder, Chad. Ehrlich mit euch. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Können wir raus? Können wir raus? Bitte. Ab jetzt erschrecke ich mich nicht mehr. As the camera oscillates from side to side, the clown's arm eerily moves on its own. Seconds later, the light bulb blows out in a loud explosion, making the basement completely dark. Following that, a strange voice is heard whispering something that's hard to make out. Not much else happens after this, but everything that happened before was enough for Jacob to Eins für Fake, zwei für Neck. ...to decide that Jeffrey should remain locked up in the basement. Jeffrey continues to be recorded in case he moves again. Also, was ist das für eine Puppe? For now, no further updates have been posted by Jacob, but until then, this video remains a mystery. Boah, dicker. Okay, erster Clip. Ich sag, alles Fake. Ich hatte gar keine Angst. Ich hab mich einmal kurz erschrocken, was menschlich ist. Ansonsten war's nicht schlimm. Nächster. Bitte keine Puppe mehr. Also, dicker. Also, dicker. Das ist doch auch gruselig. Wer macht denn da 50 Kreuzer an die Wand? Hä? Wer macht denn sowas? ...based on something religious. Now, you might be thinking that this man is simply devoted to his religion. While that's partly true, the main reason as to why he prays a lot has to do with something completely different. As it turns out, this man has been experiencing strange happenings in his home. Ever since visiting his father's gravesite at the cemetery, he can shake the feeling that something has followed him home. Whatever it might be, he's deeply afraid of it. For this reason, he's been praying and singing religious songs more so than usual, as an attempt to get rid of the evil entity that now lives in his home. One day, while taking a nap, he wakes up to a loud noise in the living room. He grabs his phone and records this. Well, I'm recording this video because I'm trying to sleep, but I just heard a hit from there in the room. So, I decided to record it because it's been a few days that he's been presenting. Hey. So, why is it dark? Oh, oh. in assimilante die 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 seitens so Feeling slightly unnerved, the man sees a set of eating utensils swaying side to side as though a strong breeze had passed by, but as the man and points out, all windows are closed shut. Naturally, he was stricken with fear, but not as much as the next incident, as what happens then leaves him terribly shaken up. A few days after this occurrence, the man uploads a video in which he appears to be deeply distressed. Watch. Wer steht da hinter dir? Ja, das ist Jeffrey, die Puppe, die ihr vorhin gesehen habt. G-Moll, bitte kein Jamsker, der so meine Hards erträgt das nicht. In el nombre de Jesus te ordeno que te vayas. En el nombre de Jesús Ordeno que te vayas No tienes derecho de estar aquí Ordeno que te vas Ordeno que te vas En el nombre de Jesús Das Atmen macht mich nervös Okay, kann man sowas faken, Chad? Kann man sowas faken, ja oder nein? Die Taste ist nach unten gegangen Wie kann man sowas faken? Es gibt selbst spielende Klaviere, for real? Appearing to be fed up with the supposed spirit The man tells the spirit to leave at once But after having done so A piano key is seemingly pressed by an unseen force Sehr schwierig Also, ja, aber müsste das Klavier dann nicht, ähm Melodien spielen, wenn die selber spielen Oder können die auch einzelne Töne dann spielen, oder was? The man quickly rushes out of the room in a panic frenzy It was now clear to him that something was provoking him But as if that wasn't obvious enough Oh, nee, es como novas Four days later, this happens Neee It's three in the morning When the man and his girlfriend, who was staying the night Wake up to strange noises What happens next, leaves them highly unsettled Take a look Well, I'm going to record this video because Realmente se están escuchando en la parte de Montorruyos Son las tres de la mañana con dieciséis minutos, sí Escucha, escucha, escucha Warum steckt man das Piano nicht ab? Geht das nicht ohne Strom auch? Si, nimm das mal, chau Sina, sala Si Escucha, escucha Esta vez, eh, no estoy solo Esta vez es como no, yo que por fin decidió Venir acompañarme, pues está asustada Y a todas estas cosas que están pasando Si, 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 si ¿Dónde se asuma? No, 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 no No, no ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? Sí, 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 sí Yo voy a mirar Quédese aquí, amor, quédese aquí No, no, no Amor, quédese acá Quédese acá, quédese acá Yo voy solo, amor Yo, yo Prenda la luz, prenda la luz Alles entspannt, alles entspannt. Kein Stress, alles gut. Da saß jemand auf der Couch. Was ist das auch schon wieder hier für ein Bild, Bro? Oh, sorry. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Manifiestate in dem Namen von Jesus. Ich sage dir, das ist real. Eins für Fake, zwei für Real. Ich sage, das ist real. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist die Tür? Das ist ein Buss. Die Tür sind nicht offen. Die Tür sind gespürt. Was ist das hier? Was ist das hier? Wir bleiben. Strangely, the windchimes move on their own and the kitchen appears to be ransacked. Yet according to the man, no signs of forced entry were seen anywhere in the house. Further adding to the strangeness, the man says that his girlfriend felt very ill only minutes after this incident. Whether or not this had something to do with her sudden illness is unknown. But considering what happened only days later, the man can't help but think that the spirit was responsible for this. It's late at night and the man is once again woken up by mysterious noises when this is captured. And I can't break out of the ground. And I can't do it. You know, the woman carries out looking until she was one of our batters miał. Hör auf zu atmen. Atme ich zu laut, Schatz. So fake, Digga. Ja, klar, Junge. Ja, klar, Digga. Ja, genau. Genau, Digga. Jo. So fake, Chatz. Also ich hab's bis zu dem vorigen Clip, hab ich's geglaubt, aber jetzt glaub ich's nicht mehr, Chatz. Jetzt glaub ich's nicht mehr. Bro, er hat sich nicht mal erschrocken. Da kam nicht mal irgendwie ein schnelles Atmen oder sowas. Das ist so fake gewesen. ...processes what just happened. He then picks up his phone and ends the video here. Although undoubtedly strange, viewers find it stranger that the man doesn't turn on the lights in most of these incidents. But the reason for this, according to him, is that the lights for most of the rooms are located at the main entrance, which he stays away from, as he's too scared to approach. Whether ghost or not, the man continues to pray and read passages from the Bible in the hopes that doing so would get rid of the strange presence that haunts him. Fake. Okay, gut, wir sind durch mit dem Piano-Guy. Gut, nächster Clip. Der war fake. Safe, war der fake. Ja. In early January of 2023, a woman named Nancy Malkin had a very strange encounter with something in her child's bedroom. Nancy says that the reason she had went up to her son's bedroom in the first place was because she saw something quite unusual on the security camera that's placed in his room. She had woken up from a nap before looking over at the camera's live feed and seeing a strange orb flying around her son's toys. It would seem to zip around in a strange way and react to objects it touched as though it had a mind of its own. Now, Nancy had been looking at this orb for quite some time. More than five minutes have passed since initially spotting the mysterious orb, and still, it continued to float around in the same spot. Now, Curious as to what exactly was being caught on camera, she walks over to her son's room, but strangely, finds nothing there. Nothing visible could be seen with her naked eye. But on camera, she could still see the ball of light floating around the same spot. In this short clip, Nancy's observing the orb via the security camera's live feed on her phone. Mind you, that without the phone, she can't see anything in person. While looking at the live feed, she sees the ball of light moving frenetically. Watch. Was ist die Zahnfühe? Die Cracker raucht schon. Die Zahnfühe? 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 Was ist das? Mysteriously, the bathroom faucet is left running, as though someone or something had turned it on. The man shuts it off, while seeming confused as to how it turned on by itself. He heads back to his room, when eerily, the light switch, which he just turned on, is immediately turned off. Off, it seems that whoever, or whatever was on the other end of the hall, had switched off the light. Now this wouldn't be the end of it, as only a few nights later, something just as creepy happens. It's nighttime, when the man recording hears banging noises outside his door. With his heart pounding in his ears, he records this. Rerap, chat. Wer von euch hat sowas schon mal in, also jetzt nicht genau das, aber ähnliches erlebt? Seid ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas existiert, bro. Ihr kennt doch alle, chat, als ob so viele von euch sowas schon in echt erlebt haben. Wart ihr da nüchtern oder auf Drogen, chat? Wart ihr da nüchtern oder auf Drogen? Wow! Like something straight out of a horror movie, the man peeks out from his bedroom, peering into the darkness of the hallway to see if anyone's there. Finding nobody inside the bathroom, the man quickly walks back to his room, but stops in his tracks, upon noticing the sudden mess in the kitchen. Appearing as though a massive earthquake had struck the place, the man runs back into his room in full terror before ending the video. What happened that night has left him shaken up. It's unknown if the man continues to live inside the apartment, as no updates or new videos have been posted. But as with most videos, I'll let you come up with your own conclusions. Is something living inside this man's apartment? Or, might there be an explanation for all that's happened? In this next video, two friends are hosting a live stream, when something pretty spooky is captured live. Now, the two boys in this video often do live streams while playing video games late at night. It just so happens that this particular incident took place during an all-nighter, or around 5 in the morning. A strange noise is heard in the kitchen. The two usually play in the living room, so the noise was close by when it happened. The boys thought it was a family member who was grabbing a morning snack, so they shrugged it off and didn't think much of it. But later on, something happens that grabs their full attention and prompts them to end the live stream immediately. While playing in the dark, this happens. Game of the games, the boys they jump in the middle of the game, but they get the game inside. Ah, what's up? What's up? Let's go to the middle of the game. kaik hasta de ser costado! Gracias, Rami. Oh, hijo da. Pajeo. Cerra la foto. Marapá en la foto. Tali. ¿Dónde será? Sind das die Spanischen Prank-Ross-Chat oder ist das echt? Oh, Dicker, hä? Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher, dass sie den Bruder auf den Wegstarten sehen. Sie sind in der Zeit, einen Bruder auf den Bruder zu drehen. Sie sind in der Zwischenprache. Aber als sie zurückkehren, das passiert. Ein Bruder auf den Bruder auf dem Wegst. by more than a few inches, causing both friends to freeze in their tracks. It was at this point that they both knew that something unexplainable had occurred. Something supernatural. Viewers believe so, too. But, as always, I'll let you be the judge on that. Had something paranormal occurred? Or had something else happened here? What the fuck? Thanks for watching, and I hope you enjoyed it. Until next time. Okay, chat. Video ist zu Ende. Ich würd sagen, letzter Clip. Ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich. Geister existieren. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Reaktionsvideo wieder. Mein Name ist Motschi. Bis bald. Tschüss.